Parasomnien – Schlafbezogene Störungen Parasomnien sind Störungen, die nur im Schlaf vorkommen und seltsame Verhaltensweisen beinhalten, die in der Regel harmlos sind. Sie treten gehäuft bei Kindern auf und weisen zumeist, trotz ihrer auffälligen Erscheinungsform, keinen Zusammenhang zu psychischen oder psychiatrischen Krankheiten auf. Diese Störungen sind in den meisten Fällen selbst limitierend. Schlaftrunkenheit – Der Schlafende macht einen wachen Eindruck, ist verwirrt, aufgeregt und weist alle Versuche der Beruhigung energisch zurück. Dies kann bis zu einer halben Stunde andauern, die Person beruhigt sich, erwacht daraufhin kurz und schläft gleich wieder ein. Schlafwandeln – Diese Störung kommt bei älteren Kindern vor. Ihre Ausdrucksform reicht von kurz das Bett verlassen, bis hin zum Setzen von komplizierten, längeren Handlungen. Wichtig ist es hier gewisse Sicherheitsmaßnahmen, Sicherung der Fenster, Entfernen von Hindernissen, zu treffen. Nächtliches Zähneknirschen, Bruxismus – Auch bei dieser häufigen Störung gibt es keinen sicheren Zusammenhang zu psychischen Belastungen. In schwerwiegenden Fällen ist jedoch eine Aufbissschiene zu empfehlen, da es sonst zur Abnützung der Zähne kommen kann. Rhythmisches Kopfschlagen oder Körperrollen Sprechen im Schlaf – Was bedeutet Narkolepsie? Die Narkolepsie ist geprägt durch eine übermäßige Tagesschläfrigkeit, die oft zu einem Schlafdrang führt, der die betroffene Person unweigerlich einschlafen lässt. Dies passiert oft zu unpassenden Zeiten und führt im Alltag, zum Beispiel beim Autofahren, oder Berufsleben zu großen Belastungen und Gefahren. Weitere Symptome sind, die Kataplexie, plötzlicher Tonusverlust der Muskulatur, die Schlafparalyse, Lähmung der Muskulatur beim Schlafbeginn oder beim Aufwachen, und Hypnagoge-Halluzinationen, im Halbschlaf auftretende visuelle und akustische Halluzinationen, also Dinge sehen und hören, die nicht existent sind. Die Ursache für das Auftreten dieser Erkrankung ist noch nicht geklärt und auch eine Heilung ist nicht komplett möglich. Jedoch kann ein Patient mit ausreichender medikamentöser und verhaltenstherapeutischer Therapie ein nahezu normales Leben führen.